So Leute, im heutigen Video werden wir uns über die nächste große Bitcoin-Bewegung unterhalten, die tatsächlich schon früher stattfinden wird, als die meisten Menschen momentan glauben. Wir schauen uns also diesen Chart hier an, der uns zeigt, dass wir uns mit Bitcoin ja momentan zwischen Hammer und Amos befinden, weshalb es zu der großen Bewegung kommen wird. Dann schauen wir uns noch ein paar andere unfassbar wichtige Sachen an, die hinter den Kulissen ablaufen. Echt eine Riesensache, denn das hier sind Krypto im Wert von über 800 Millionen Dollar, die dieses Jahr verkauft werden. Das bedeutet, es sind gerade mal noch ein paar Monate übrig und genau deshalb wird es innerhalb der nächsten 3,5 Monate zu einem erhöhten Verkaufsdruck kommen. Und natürlich bereite ich euch auch noch auf alles andere vor, was momentan am Kryptospace passiert. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt auf dem 4-Stunden-Chart loslegen. Was man hier nämlich sehen kann ist, wir sind immer noch über der orangenen Linie, das ist also schon mal fantastisch. Und man kann sehen, dass wir hier so ein kleines Pattern machen. Man kann sagen, das sieht schon ziemlich nach einem absteigenden Dreieck aus, was eher bärische Pattern sind, weil hier sieht man, man macht die ganze Zeit lauer-heiß. Und jetzt gerade quetschen wir uns zwischen dieser oberen Trendlinie und natürlich dieser unteren fetten orangenen Trendlinie bei 26.400 Dollar. Nichtsdestotrotz, es gibt noch eine andere Sache. Falls ihr mein gestriges Video geschaut habt, wisst ihr, ich hab mich ja mit euch darüber unterhalten, dass wir momentan diesen coolen Chart hier haben. Das hier, das spielt sich perfekt aus. Man sieht, wir haben dieses Widerstands-Level und falls ihr das nicht wisst, das ist ein riesiges Dreieck, also eine riesige Dreieck- oder Wedge-Formation, je nachdem wie ihr das nennen möchtet. Wir haben unten die Trendlinie und oben haben wir eine Trendlinie, die nach unten gerichtet ist, wo wir schon mehrfach auf Widerstand getroffen sind, immer bei dieser gepunkteten Linie. Man kann also sehen, dass wir in der Vergangenheit immer mal wieder da drauf getroffen sind und auch jetzt, wo wir uns zu dieser gepunkteten Linie hinbewegt haben, hat es perfekt reagiert. Erst einmal, da sind wir abgeprallt und jetzt sind wir schon mehrfach daran abgeprallt und haben, um ehrlich zu sein, etwas Probleme, um darüber zu kommen. Aber entweder müssen wir jetzt hier nach oben durchbrechen oder aber wir müssen durch diese orangenen Linie nach unten durchbrechen. Und vor allem, wir haben nicht nur diese gerade orangenen Linie, sondern wir haben auch noch diese orangenen Linie, den 200er Moving Average auf dem 4-Stunden-Shut, was auch richtig, richtig gute Unterstützung ist. Das bedeutet, wir brechen entweder durch diesen Unterstützung oder durch diese Unterstützung, die beide schöne Unterstützung sind. Da muss man sich natürlich fragen, was ist das wahrscheinlichere Szenario? Sollten wir es schaffen, wirklich durch diese gepunkteten Linie nach oben durchzubrechen, dann würde das bedeuten, dass wir einen richtig schönen, schnellen Pump zum nächsten Widerstandslevel hier oben bei 27.500 Dollar sehen könnten. Wir haben, wie gesagt, ein paar vage-orangenen Linien hier auf diesem Chart, die auch einen gewissen Widerstand darstellen. Aber sagen wir mal, unterer 27.000 Dollar-Bereich sollten wir es schaffen, durch die gepunktete Linie zu brechen. Ich werde euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten und jetzt schauen wir uns mal an, ob es vielleicht irgendwelche Katalysatoren geben könnte, die uns dazu bringen, nach oben durchzubrechen. Also, wir haben bei den traditionellen Märkten einen ziemlich großen Dump gesehen, als sie geschlossen haben. Die werden diesen Abend wieder öffnen, also die Futures-Märkte werden heute Abend wieder öffnen. Sollten die grün öffnen, wisst ihr bereits, was passiert, dann führt das normalerweise dazu, dass auch Bitcoin eine schöne grüne Kerze sieht und dass wir nach oben gehen. Das ist das, was normalerweise passiert. Muss natürlich nicht passieren. Aber das könnte ausreichend sein, um durch die gepunktete Linie zu brechen. Aber wir werden mal abwarten. Das sind auf jeden Fall die wichtigen Level, die wir momentan im Auge behalten. Dann haben wir nächste Woche auch noch ein paar wichtige Ereignisse. Das Wichtigste ist natürlich am Mittwoch. Da haben wir einmal die Inflationsrate in Großbritannien. Dann haben wir einige Handelsdaten aus Japan. Und das Wichtigste, dass die FED-Zinsentscheidung, die auch am Mittwoch stattfinden wird, genauso wie die Pressekonferenz am Donnerstag. Und da haben wir noch die Zinsentscheidung der Bank of England, die Inflationsrate in Japan, sowie einige Wirtschaftsdaten auch von der Bank of England. Ne, sorry, Bank of Japan-Zinsentscheidung am Freitag. Auf jeden Fall kann man sagen, dass momentan alle Augen auf Mittwoch gerichtet sind. Und obwohl es natürlich momentan danach aussieht, als würde die FED die Zinssätze einfach unverändert lassen. Es gibt eine kleine Chance, dass sie die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben, was dann dazu führen könnte, dass der Markt super schlecht reagiert und natürlich dann andere Assets nach unten gehen. Aber ich persönlich glaube, dass sie die Raten einfach unverändert lassen werden, dass sie nichts machen werden. Aber da müssen wir natürlich mal abwarten. Dann noch ein paar andere wichtige Sachen. Erinnert ihr euch noch daran, dass die USA über... Lass mich euch das mal zeigen. Das hier. Also, das hier, das sind die Bitcoin, die die US-Regierung besitzt. Das sind 800 Millionen Dollar an Bitcoin. Die haben gesagt, dass sie die tatsächlich noch bis Ende des Jahres verkaufen möchten und verkaufen werden. Wenn sich also nichts geändert haben sollte, dann müssen sie innerhalb der nächsten dreieinhalb Monate 30.000 Bitcoin verkaufen. Was bedeutet, dass wir definitiv einen ziemlich signifikanten Verkaufsdruck bis zum Ende des Jahres haben werden. Wenn sie wirklich das machen, was sie gesagt haben, muss ja nicht unbedingt sein. Das hier, das sind die Salden, die sie haben, die behalte ich natürlich im Auge. Aber sie haben natürlich schon ungefähr 250 Millionen verkauft in der ersten Charge. Seitdem haben sie allerdings, um ehrlich zu sein, nicht mehr wirklich was verkauft. Deshalb, ich würde sagen, wir behalten das einfach mal im Auge. Sollten sie allerdings Wort halten, dann müssten sie bis zum Ende des Jahres richtig, richtig viel Bitcoin verkaufen und den Verkaufsdruck für Bitcoin erhöhen. Dann noch eine kleine Verschnörungstheorie hier. Aber wenn die USA den bestmöglichen Preis erziehen möchte, um sie zu verkaufen, dann warten sie ja vielleicht. Und im Übrigen, nochmal. Arkham. Die haben gesagt, dass sie 30.000 Bitcoin erhalten. Einige andere Analysten sagen, dass sie eigentlich sogar 41.000 Bitcoin erhalten. Das ist also der Grund, warum es tatsächlich sogar mehr als eine Milliarde sein könnten. Aber ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Innerhalb der nächsten drei Monate, wenn sie den bestmöglichsten Ausführungspreis erzielen möchten, dann möchten sie vielleicht momentan darauf warten, dass wir eine ETF-Zulassung bekommen. Das könnte bedeuten, wir bekommen die ETF-Zulassung, die meiner Meinung nach auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft kommen wird. Also früher oder später wird ein ETF genehmigt. Und vielleicht wollen sie darauf warten, damit der Preis steigt und sie dann verkaufen können. Oder auch eine Möglichkeit, dass sie die Bitcoin einfach direkt an BlackRock oder wen auch immer verkaufen möchten. Dann noch eine weitere Sache. FTX hat es tatsächlich geschafft. Die dürfen ganze 200 Millionen Dollar an Krypto diese Woche verkaufen. Das bedeutet, wir haben nicht nur die US-Regierung, die möglicherweise verkaufen wird, sondern ab nächster Woche haben wir auch FTX, die sage und schreibe 200 Millionen Dollar pro Woche verkaufen können. Obwohl die Sachen also so sind, wie sie momentan sind, bin ich immer noch optimistisch. Ich bin immer noch im Buy-the-Dip-Modus, werde jeden einzelnen Dip kaufen, sollten wir weiter nach unten gehen. Und sollten wir niedrigere Preise aufgrund dieses massiven Verkaufsdruck bekommen, durch die US-Regierung und auch durch FTX, ey, dann bin ich darauf vorbereitet und ich will auch, dass ihr darauf vorbereitet seid, wenn das passieren sollte. Auf der anderen Seite, jeder, jeder erwartet momentan, dass die US-Regierung verkauft. Jeder erwartet und weiß, dass FTX verkaufen möchte. Das bedeutet, eventuell haben die meisten Leute schon alles verkauft, eben in Antizipierung darauf, dass die Preise nach unten gehen können. Und wenn es dann erstmal passiert, könnte es tatsächlich eher zu einem großen Preisanstieg kommen. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie man das hier sehen kann, weil das eben öffentliche Informationen sind. Jeder wartet darauf, dass alle verkaufen werden. Und wenn es dann soweit ist, dann haben wir keinen Verkaufsdruck mehr. Die Leute bekommen wieder FOMO und möchten ihre Bitcoin-Position wieder aufstocken, was die Preise nach oben treiben würde. Also möglicherweise sogar höher als zu dem Zeitpunkt, als sie überhaupt am Anfang ihre Bitcoin verkauft haben. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen seltsamen Sachen, die passiert sind. Justin Sun hat nämlich mal eben 815 Millionen TUSD gemintet, die in Justland eingezahlt wurden, was wiederum die TWL um 21,5% nach oben getrieben hat. Äh, ja. Da stellt sich natürlich die Frage, hat er hier wirklich 815 Millionen echtes Geld genommen und TUSD gemintet, oder hat er die wirklich aus dem Nichts gemintet? Ist eine Sache, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, aber ist schon absurde Geldbeträge, die hier einfach mal eben so, ich hoffe mal, nicht aus dem Nichts gemintet werden. Ich hoffe, dass die wirklich durch echte Dollar gedeckt sind. Dann kommen wir noch mal zu meinem Bot-Update. Die machen immer noch einen ziemlich guten Job, bauen immer noch Positionen auf. Also alles in Ordnung, was hier meine Bots angeht. Wir haben immer noch richtig schöne Gewinne für jeden einzelnen dieser Bots. Und selbstverständlich, falls ihr diese Bots selber benutzen möchtet, wir haben immer noch eine richtig coole Promotion auf OKEx. Da könnt ihr, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, 50 Dollar gratis bekommen. Ihr müsst auch nicht mit eurem eigenen Geld traden, ihr könnt einfach nur diese 50 Dollar nehmen und damit traden. Also meiner Meinung nach eine echt richtig coole Sache. Ich meine, ihr müsst euch einfach nur mal vorstellen, ihr habt die 50 Dollar, nehmt ein Zehnerhebel, da habt ihr eine 500 Dollar Position gratis, ohne Risiko. Außerdem, natürlich, wenn ihr einzahlt, könnt ihr nicht nur das bekommen, sondern auch nochmal andere Einzahlungsboni im Wert von bis zu 10.000 Dollar. Außerdem ist das nicht die einzige Exchange, die wir in der Videobeschreibung haben. Es gibt auch noch andere mit anderen schönen Boni. Und vor allem, wenn ihr euch bei OKEx angemeldet habt, könnt ihr ein bisschen weiter nach unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich jeden einzelnen der Bots in einem One-Click-Setup. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.